Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 2 von Mahem in Single Valley. Ja, schauen wir mal da nochmal rein. Wir sind hier im Hinterhof und müssen jetzt da durch den Zaun wieder durch und dann müssen wir wieder schauen, dass wir da weiterkommen. Aber dahinter sind ja diese Eichhörnchen und ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da überleben. Aber das sehen wir nach dem Intro. Bis gleich. Ciao. So, dann ab durch den Zaun und dann wollen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ladebildschirm. Ich bin gespannt. Ja, so geht es weiter. Wir wissen es, die stehen direkt hinter der Tür. Brauchen wir uns also keine Gedanken machen. Da hast du ja gar keine Chance zu überleben. Doch, haben wir geschafft. Ja, da will ich aber gar nicht hingehen, weil wenn ich da hingehe, dann habe ich ja noch schlechtere Karten. Oder? Was passiert denn da jetzt mit den Eichhörnchen? Wie kriege ich die Eichhörnchen denn jetzt? Okay. Ach, da sind auch schon drei Eichhörnchen so. Ja, wenn ich wüsste, wie ich es hinkriege, ne? Ach, ich weiß jetzt. Das war so. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist schlecht. Okay, dann muss ich mit der F-Taste das wieder aufsammeln. Ob ich das hier beim Laufen so kriege? Okay, eine habe ich schon gesammelt. Da hinten war jetzt noch eine. Dann muss ich mal gucken, dass ich die auch noch kriege. Warum ging das jetzt nicht? Äh, ja. Und das war's. Das ist nicht mein Ding, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wieder die fünf Dosen in der Hand. Ja, hilft mir jemand da? Was kann ich jetzt hier tun? Da passiert nix. Oh, super. Also, der bändigt die irgendwie da. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das machen kann. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich da machen muss. Könntest du mal jetzt die Dosen erstmal aufnehmen? Ja, hier ist es jetzt nicht so die Lösung. Kein Platz, okay. Was kriege ich denn jetzt hin? Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da weiterkomme. Ah, der Baum wäre vielleicht noch ganz interessant, ne? Da ist noch eine Dose. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Nicht. Das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Kriege ich jetzt nicht wirklich hin hier, ne? Ja, öfter hast du ihn nicht erwischt, ne? Nicht erwischt. Da ist auch noch jemand. Hier muss ich gucken. Ich muss erstmal weitergehen. Ja, das war nix, ne? Das ist fürchterlich, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, wie ich da jetzt das erledige, schaffe. Das geht nicht zu nehmen. Es ist schon ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt hätte machen können, in diesem grünen Zeug. Jetzt geht's auch nicht. Und da hat es mich wieder erwischt. Also es ist ein Tortur, das Spiel. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man hier tun muss. Ah, da frisst jetzt einer was. Was passiert, wenn er da was isst? Er ist nur abgelenkt, mehr nicht, ne? Auch schön. Ja, ich weiß nicht, ich habe den jetzt zweimal getroffen, hat mir aber nicht irgendwie was gebracht. Das ist das Problem. Was ist mit den zwei Schuhe? Habe ich jetzt an, oder was? Oder aus? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Dosen mehr, fällt mir gerade so auf. Die Bierbüchsen brauche ich jetzt erstmal. Eine habe ich jetzt wieder. Da ist auch noch eine. Wie kriege ich jetzt so ein doofes Vieh abgeschossen? Das fasse ich nicht mit bloßen Händen an. Okay. Ich habe keine Ahnung. Und das war es schon wieder. Jetzt habe ich wieder zwei Dosen gesammelt, aber irgendwie bringt mir das nichts. Gefühlt. Ja, was tue ich? Das ist die Frage. Ich kann hier durch die Gegend ran und habe aber keine Chance mit diesen Büchsen oder sowas. Kann ich irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht, oder? Muss ich einfach hier weiter gehen noch? Da ist noch ein Eichhörnchen, was noch in Ordnung ist, aber das ist ja auch dann nicht mehr lange, oder? Hier sind schon welche auch von diesem Zeug angefasst. Ich glaube nicht, das ist ja auch ein Eichhörnchen, was noch in Ordnung ist. Und da hat es mich wieder erwischt. Drei Dosen. Da oben ist auch so ein Vieh. Ach, Shift ist zum Tisch verschieben. So war das ja. Bringt mir also auch nicht so wirklich was. Ja, das ist der Lauf mit nix oder sowas. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich hier alle am Hintern. Jetzt habe ich wieder vier Dosen wenigstens. Das ist schon mal etwas. Aber auch zig von diesen Viechern da. Was bringt mir das gerade? Das ist die Frage. Hier ist nichts. Oma steht da in der Ecke. Hier kann man sich nur erholen. Was ist hier los? Ach, das war ein extra Leben, oder was? Nee. Da habe ich einen gerettet. Ich weiß nicht, wofür es gut war, aber ich habe es mal gemacht. So, jetzt habe ich das geschafft, aber wie kann ich dieses Viech da kriegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die kriege. So, ich habe jetzt die Dosen aufgesammelt. Und was bringt mir das? Was ist Kuh zum Beispiel? Das bringt mir nix. Das bringt mir alles nichts. Danke, Mann, aber ich hätte es selbst machen können. Ja, was denn? Kein Platz. Okay. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, warum habe ich keinen Platz? Wo geht es denn hier hin? Kann ich da noch was tun? Nö, da geht es gar nicht weiter. Nur die Dosen kriege ich wahrscheinlich nie wieder. Das ist jetzt auch nicht gut gewesen. Ach so, wenn ich da reinspringen, das ist Plörre und dann bin ich kaputt. Alles klar. Kein Platz. Alles klar. Und was mache ich jetzt, wenn ich keinen Platz habe? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier das Ziel ist. Ich laufe hier durch die Gegend, das bringt mir nix. Das bringt aber nix hier. Ich habe hier laute Eichhörnchen, die schäbig sind und mehr auch nicht. Da werden es mal weniger, wenn ich irgendwo anders hinlaufe. Sie meine Spur verlieren. Aber das tun sie auch nicht so wirklich. Aber das tun sie auch nicht so wirklich. Doch, eins ist jetzt nur noch da. Ich habe da jetzt dreimal drauf geschossen, hat mir nix gebracht. Das kannst du vergessen. Das ist... Ich habe keine Ahnung, was das Spielziel ist. Das war wieder zu nah. Ich soll mir meine Sachen wiederholen. Ja, aber wie? Nochmal die F-Taste schaffe ich zu drücken. So, und jetzt? Was tue ich jetzt? Jetzt habe ich ein Schild. Sehr schön. Kann ich da irgendwie Blocken mit? Da ist ein L. Aber ich kann jetzt L nicht lesen. Das ist das Problem. Da ist auch noch einer. 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 Den kann ich aber weglaufen, oder? Ach, da ist auch noch eins. Da ist auch noch wer. So, jetzt kann ich mal gucken. Rüstet was zum ersten Mal aus. Okay. Wie rüstet ich was zum ersten Mal aus? Das ist die nächste Frage, ne? Eins geht auch nicht. Uh, das geht auch nichts. Ich müsste mal den zweiten Mülleimer vielleicht noch nehmen. Nein, na, sind jetzt alle abgelenkt. Okay. Ah, super. Kein Platz. Alles klar. Was kann ich jetzt tun? Das ist die Frage. Und da kommt das eine Eichhörnchen, das kriegen wir hier noch abgelenkt, oder? Ach, da sind auch noch ein paar. Na, super. Viere da lang und alles ist gut, ne? Das hat nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Vielleicht klappt es hier oben. Vielleicht kann ich den mal ins Wasser jagen. Ah, okay. Ich glaube, das Schutzschild funktioniert so, dass ich da... Ah, ich glaube, da kann ich die mit abwehren. Das ist nur die Frage. Kann ich den immer wieder verwenden, oder nicht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ne, geht alles nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Ja, das Schild ist auf jeden Fall weg. Das kann ich nicht mehr ausrüsten dann. Das konnte ich jetzt auch nicht aufnehmen. Jetzt habe ich das wenigstens wiedergekriegt. Ja, toll. Irgendwie ist es gerade... nicht von Erfolg gekrönt. Ich weiß nicht, wie ich die vermöbeln kann. Keine Ahnung. Ich sehe da gerade keine Chance. Also bringt mir auch nichts in den Tisch, da jetzt nicht nur wer zu schieben, oder? Nein, das ist... Nicht mein Ding. Jetzt kann ich da noch nicht mal die Bierdosen aufheben. Nee, ich weiß es nicht. Ich sehe da jetzt gerade keine Chance in dem Spiel. Hier kann ich gar nichts aufnehmen. Und da hat es mich wieder erwischt. Also ich sage mal ehrlich, ne? Ich habe da keinen blassen Schimmer, was ich da tun kann. Was soll man da tun? Das ist die Frage. Ich muss diese Eichhörnchen fertig machen, weiß aber nicht wie. Ich weiß noch nicht mehr, wo hier der Ausgang ist. Kann ich den irgendwo hier sehen? Ich glaube, hier bei der Decke war der... Ach, da ist das Tor. Ja, und was war es jetzt? Das ist die Frage. Was ist das Ziel jetzt hier? Wusste etwas zum ersten Mal aus. Komm zurück vor dem Eichhörn und hol dir deine Sachen zurück. Ich weiß nicht, wie ich das hier fabrizieren soll. So ein Körper für Papa. Ja, ein Köder für Papa. Alles klar, aber die To-Dos sind hier blöde, ne? Selbstverbesserung. Ich rüste etwas zum ersten Mal aus. Schließen. Was ist ausrüsten mit gemeint? Ein harter Bonbon, gewöhnliche Taschentücher. Das sind Schuhe. Turnschuhe, nichts Besonderes. Ersparnas, die habe ich von Oma. Das ist alles die Klamotten, die ich schon gesammelt habe. Hier ist das Logbuch. Upgrade. Nicht verfügbar. Ist hier irgendwas? Gekauft. Kapazität 2, Mülleimer. Ja, und das ist jetzt was? Das sagt mir alles nichts. Super Stereo. Na super. Mach das mal aus, das nervt schon. So, jetzt haben wir Ruhe. Aber ich weiß nicht, wie soll ich diese Viecher kaputt machen? Miau. 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 Ja. Was habe ich jetzt da aufgesammelt? Irgendwie was? Was sind denn die blauen Bälle jetzt hier? Ach, die blauen Bälle sind fürs Dingens, ne? Kann ich die blauen Bälle denn hier irgendwie... Ja, das bringt auch nichts. Was hilft mir das? Das hilft mir nichts. Jetzt kann ich hier noch nicht mal die Dosen aufsammeln. Das ist doch. Ja, das war es schon wieder. Dosen nicht aufgesammelt, ne? Wo ist die vierte da oben? Hat auch wieder nicht geklappt. Was bringt das? Was bringt das? Ich sehe jetzt nicht hier den Sinn und Zweck, diese Viecher da zu verfolgen. Was ist das Ziel? Ich sehe kein Ziel. Ich kann die ablenken, ja. Wie kann ich sie kaputt machen? Gar nicht. Da kann ich auch nichts machen. Ich weiß nicht. Ich sehe keine Chance hier irgendwas zu tun. Was tun wir hier? Nix. Kann man hier am Grill was machen? Nö. So, jetzt habe ich den da rausgeholt. Und was bringt mir das? Muss ich hier eine Burg aufbauen, oder was? Ja, das ist jetzt die Frage, was hier muss. So, jetzt ist es schon wieder vorbei. Okay, die können alle nicht über diese Pappen laufen und sowas. Und da hat es mich schon wieder erwischt. Ja, ich sage mal, was soll's. Ich habe es nicht verstanden, das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Vorstellter von mache, weil momentan muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine Verzweiflungstat dieses Spiel. Kein Mensch weiß, wofür es gut ist oder nicht gut ist. Was man hier tun kann oder nicht tun kann. Ja, für mich gerade unerklärlich. Ich gehe hier hin und weiß nicht, was ich hier noch tun kann oder nicht tun kann. Ich werde nochmal schauen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich mache erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch gerne habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, ob er persönlich daran gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht euch die Glocke an, hatte ich schon gesagt. Dann kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.